Guten Morgen zu meiner Kanalvorstellung und meinem ersten Video auf diesem Kanal. Ich werde euch heute erklären, wer ich bin. Ein Newcomer-YouTuber aus dem Lande Mexikos. Ein sehr komischer Kauz. Und was euch hier erwartet, wer ich bin und was wir hier tun werden. Darum handelt heute dieses wunderschöne Video. Freunde, mein Gesicht darf man nicht sehen. Ich bin jemand, der das halbe Land tot sehen möchte. Also nicht Land wäre untertrieben, Welt. Die halbe Welt möchte mich tot sehen und die halbe Welt würde für mich töten. Und das ist ziemlich kontrastreich, das Ganze. Deswegen scheine ich vielleicht eine interessante Persönlichkeit zu sein. Und ich habe mir gedacht, irgendwann, ey, vielleicht sollte ich mal Social Media machen. Ja. Erst vorab, was ist das für eine Maske? Casanova. Der einzig Wahre. Mein Name ist Michael... Ich meine, okay, dieses Leben heißt ich nicht mehr Michael, ne? Ich heiße jetzt Zeus. Genau. Zeus Jackson. Ein Nachfahre von Poseidon. Promoteus und Julius Caesar. Was noch? Was war ich noch, Digga? Markus Aurelius. Genau. Das sind nur wenige neben den Tresmegetus und so weiter, die ich mal war. Und ich labere sehr viel Müll. Viele Menschen sagen, dass ich eine sehr selbstverliebte Persönlichkeit bin, was irgendwo auch stimmt. Aber das Gute an mir ist, ich war immer ehrlich und ich bin immer ehrlich gewesen. Und auf diesem Kanal werden euch, glaube ich, sehr interessante Sachen erwarten. Weil ich lebe das Leben interessant. Ich mag es per se nicht, wenn etwas nicht interessant ist. You know what I mean? Man. Außerdem bin ich eigentlich Musiker. Also ich bin eigentlich Künstler. Und wenn ihr mein Gesicht sehen würdet, würdet ihr ausrasten, weil ich wunderschön bin, glaube ich. Ja, nur Homo an der Stelle. Ja. Und ich habe mir gedacht, irgendwie so ein erstes Video zu machen. Und das ist wohl das erste Video. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mich jetzt abonniert. Weil ich habe gesehen, auf YouTube gibt es irgendwie nur Müll. Und so ein Pirat auf YouTube. Schon was Neues, Digga. Wischte, ich meine. Wäre echt nicht schlecht, wenn es auch so einen gibt. Wir werden hier Chayas aufreißen, trainieren, gesund essen und kochen. Und ich werde euch beibringen, wie man diesen Körper hat. Aber man darf nicht vergessen, dass ein Körper nicht nur Körper ist, mein Lieber. Du bestehst aus Körper, Geist und Seele. Weißt du, wie ich meine? Und diese drei Sachen werden wir hier irgendwie pflegen. Und gucken, wie wir weiter vorankommen in diesem lächerlichen Universum. Ich werde am Tag, glaube ich, drei Videos hochladen. Einmal, wenn ich aufwache. Einmal, wenn ich eine Chaya gedrippt habe, am Nachmittag irgendwann. Und einmal, bevor ich schlafen gehe, nachdem ich... Nein, bevor ich eine Chaya gedrippe, ja. Was gibt es noch über mich Interessantes zu wissen? Auf ganz schnell machen wir zehn Fakten überzeugt, Jackson. Ich liebe Tattoos. Ich liebe Frauen. Ich liebe das Leben. Ich liebe es, das Leben leben zu dürfen, wie ich es will. Ich liebe es, zu verstehen, dass das Leben eigentlich keine Gesetze hat, die jemand geschrieben hat, damit ich ein Sklave bleibe und für ihn nur mitarbeite. Ich liebe Freiheit. Ich liebe es, zu verstehen, dass Geld keine Freiheit war. Boah, das sind diebe Sätze, Digga. Ich liebe auch sehr meine Tattoos, Digga. Wisst ihr, und ich werde damit auch nicht aufhören. Ich habe tatsächlich bald auch ein Tattoo-Studio. Was gibt es noch, Digga? Ich liebe es, zu lachen eigentlich. Aber leider brachte mich das Leben sehr oft dazu, zu weinen, so dass ich gar keine Tränen mehr hatte. Und ich bin auf der Suche nach One Piece. Ich möchte der König der Piraten werden. Ich bin die Reinkarnation von Podcast DAs, wie ihr das unschwer erkennen könnt. Und der einzige Mensch auf dieser Welt, der sich irgendwie so um einen Vater schimpfen darf, ist Whitebeard. Ja. Ansonsten ich. Ich selber von mir. Und es gibt da draußen eine Prinzessin, die ich liebe mehr als alles auf dieser Erde. Sie heißt... Wenn du unbekannt bist, wieso kenne ich deinen Namen? Wenn du wunderschön bist, nimm endlich doch mein Samen. Und so weiter, Alter. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier auf YouTube zusammen erwartet, Alter. Wirklich. Ich kenne hier niemanden. Ich hoffe, mich erwartet nur Liebe. Aber immer, wenn ich sowas erwarte, entgegnet mir Hass. Und aus Hass mache ich dann meinen Körper. Deswegen bin ich breit. Ich hoffe, wir kennen uns jetzt ein bisschen. Aber ich möchte auch nicht alles an einem Tag verraten. Ab 500 Likes kommt das nächste Video, Digga. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gesehen, es gibt hier so einen Kollegen, Monte. Den möchte ich jagen. Genau. Das ist meine erste Quest. Freunde, wenn ihr Bock habt auf so psychotische Scheiße, Alter. Ihr wisst, was zu tun ist, Alter. Sagt euren Schwestern Bescheid. Zeug Jackson ist auf YouTube. Wir lieben uns. Aber nicht Shirin David. Niemals. Welcher Content erwartet uns? Ein sehr behinderter Content, meine Freunde. Wirklich. Sehr behindert. Behindert positiv. Behindert positiv. Und negativ gibt es eh nicht. Sonst hätte ein Magnet nicht Plus und Minus. Sonst wäre Plus gut, Minus schlecht. Was ist los, Digga? Ich will nicht zu tief in die Materie. Ich will nur tief in eine Chaya. In dem Sinne, meine Freunde. Harita, Harita, wow. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 또ala News. Wirklich.